Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gäste Game. Heute habe ich mich mit diesem Anblick direkt gestartet. Was könnte das sein? Habt ihr eine Vermutung? Vor allem das ist das Spiel von heute. Ich kenne ein Spiel, das so hässliche 3D-Maps hat. Boah, chill. Du, 2016. Ich bin mir tatsächlich unsicher. Ich wüsste jetzt nicht, ob es Metroid Prime 1 oder 2 oder 3 ist. Ich wüsste auch nicht, welcher Prime-Tier das ist. Ich würde einfach mal eins tippen. Ich würde einfach auch eins sagen. Das ist nicht Metroid Prime 2, also bitte. Ja, ich hätte auch erst mal eins gesagt. Ihr wollt ja nur irgendwas anderes sagen. Und vor allem ist das nicht Apostroph-Metroid. Das ist meine Aufnahme-Shortcard. Genailed. Oh nein. Oh, muss man das Spiel ausmachen? Ach so, ich verstehe. Das Bild ist aus Metroid Prime 2. Waren wir beim letzten Mal schon bei Spiel Nummer 700? Das sind vielleicht die Collections. Nee, Mogi macht nur das aktuellste gerade und danach wieder in die alten rein. Ah, okay. Das ist Metroid Prime 3. Ja, vielleicht ist es die Trilogy-Fliebe. Die meinen einfach die ganze Reihe. Einfach alle Spiele. Also, wenn ich das ist Teil 1, Teil 2, Teil 1, Teil 3. Aber was für eins der Bilder jetzt Metroid Prime Hunters gewesen wäre. Ich glaube, das hätte man gesehen. So, wie wäre ich andere Tage aus? Na, previous days. Ja. Und dann wieder ein bisschen scrollen. Da war es. Irgendwo rein tippsen. Da war es. Ja. Ja. Ja, das ist Fire... Nee, das ist nicht Firewatch. Morrowind. Ich glaube, das ist Morrowind. Ich glaube, für Firemorrowind würde ich auch noch am ehesten sehen, aber ich bin nicht sicher. Was willst du auch noch am ehesten sehen? Morrowind. Morrowind, ja. Warum denn? Das sieht ja so ein bisschen ähnlich aus. Es könnte doch sogar Oblivion sein, aber ich glaube, das ist zu matschig. Ich weiß noch, wie hübsches Wasser früher war. Ich kenne es nicht. Hier ist kein Wasser zu sehen. Na, war ja einfach. Das ist Morrowind. Ich meine, guck dir das Wasser an. Ah, hier hätte ich es dann noch erkannt, glaube ich. Guck dir das Wasser an. Oh ja, das ist da. Wieso zeigst du dir kein Wasser? Zeig doch jetzt mal an. Zeig doch jetzt mal an. Ach, kein Wasser. Wow. Pass auf, jetzt Wasser. Nee, da kommt kein Wasser mehr. Was ist das denn? Das sieht sehr entspannt aus. Was ist das? Wer ist gebaut? Wie ich weiß auch nicht. Ganz unten, ganz unten dann auch weiter einfach. Ach, noch weiter runter, natürlich. Ja, die Website ist irgendwie echt sehensam, muss ich sagen. Das ist... Joa. Ja, das ist jetzt erst mal relativ schwer zu sagen. Das sind aber fortgeschrittene Lichteffekte. Beim ersten Bild das... So an sich wahrscheinlich... Ich sag... So Playstation 3, Xbox 360, würde ich sagen. Ich könnte mir die... Ich sag PS4. Irgendwann jetzt von diesen Tomb Raider Reboots dafür... Wollte ich auch sagen? Ja, genau. Ich war auch bei Uncharted oder das. Also Tomb Raider war auch mein erster Gedanke, irgendwie. Äh, Frage, weil... Die neuesten gab es nicht ohne Text einfach. Der heißt auch nur Tomb Raider, der nicht mal nochmal. Rise of the Tomb Raider gab es auch noch. Ich glaube so, Rise of the Tomb Raider. Stimmt. Ja, und... Und Tomb Raider gab es auch noch, ganz normal so. Das ist der erste... Tomb Raider gibt es also zweimal. Okay, ist eh falsch. Oh, das ist auch gar nicht mal so hoch. Ist das... Ist das... Last of Us? Ist das... Last of Us hat kein Metascore von 79. Resident Evil Village? Nee. Das stimmt. Resident Evil Village hat kein Metascore von 79. Okay, ja. Es ist Until Dawn. Uncharted hat auch nicht 79. Oh, Until Dawn, ja. War da aber jemals so ein altes Bett zu sehen? Ich weiß es nicht. Wirklich? Aber die waren auf jeden Fall im Haus. Es ist ja dunkel. Until Dawn? Ja, doch, doch. Until Dawn ist auch mit so Leuten, die da so eine Taschenlampe haben und sich miteinander unterhalten und so. Ich glaube, 79 passt auch. Ja, ich so. 79 würde passen, ja. Also ich würde für Until Dawn nicht mehr als 79 gehen. Rush of Blood. Oh, was ein Guess. Das Bild sagt natürlich so viel mehr aus als das davor. Das ist der Killer, halt. Okay, der hat die feine Leute. Da erkennt man Charaktere jetzt schon. Was gab da Monster? Ich erinnere mich nicht mehr da. Ja, ja, das ist das davor. Das ist doch geil. Warum der Club-Uni hat und rumläuft? Guck mal, wie oft man in dem Spiel diese... Davon kommt ein Remake, ne? ...Lichtstreifen hat. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ah, der Look. Der Look kommt mir bekannt vor, aber ich erkenne es nicht. Diese Gradients sind ein bisschen irritierend. Hm. Es ist ein spezifischer Tetris-Teil. Wir kämen einfach mal Tetris ein und schauen, was passiert, oder? Ich hab auch schon an Tetris gedacht, aber irgendwie ist der Hintergrund nicht so. Ja, das ist das Problem. Es gibt Millionen verschiedene Varianten. Es gibt Millionen Plattformen oder so. Ja, weil es sagt halt mehr was. Wie so ein Sidescrolling-Plattformen. Hm. Hab ich noch nie gesehen, glaube ich. Das sagt mir auch nichts. Äh, Megaman X. Ja, ich dachte auch an irgendein Megaman-Ding, aber ich weiß nicht, ob das... Oder ist das ein Advanced-Spiel vielleicht? Obwohl, also... Von den Farben her... Für Megaman X ist, äh... Also wäre ich traurig, wenn das so aussehen würde. Game of Advanced vielleicht? Äh, Game of Advanced würde ich sehen, dass das ein Game of Advanced-Spiel ist. Vielleicht Game of Advanced Megaman? Gab's da was? Also Megaman würde ich beim Hintergrund denken, aber bei diesen... Wir können mal Megaman eingeben, weil ich... Ich hab an so'n Zeitung nichts gerade. Aber doch nicht einfach nur Megaman. NES ist es nicht. Oh, Sonic. Das ist nicht Sonic. Nein, das ist doch DOS. Oh, da steht DOS. Äh, Jazz Jack Rabbit? War wahrscheinlich Jazz Jack Rabbit 1 an dem Punkt. Ja. Oh. Ich wusste, dass der ganze Look, dass das nicht wirklich nach Super Nintendo so aussieht. Bei diesem Gras denke ich immer an, Sonic. Ja, ja, ja. Yo. Ich hab nur Teil 2 gespielt zu meiner Verteidigung. Der hat gute Musik. Ich hab das 100 Jahre lang nicht gespielt. Ich hab noch nie was von dem Spiel gesehen. Karottos. Das ist von Epic. Selbst dann nicht best Karottos, weil er ein Rabbit ist. Von Epic Megagames Inc. In Corporate. Oh, der sammelt ganz viele Halls ein. Von Odyssey im Weltraum. Was? Auch dieses Auge. Achso. Hell. Hell, nicht Hall. Hell, ja genau. Aha. Ich würde jetzt noch Tears of the Kingdom sagen. Ja, genau. Der Stein. Den Stein erkenne ich da auch. Ja, ja, ja. Ja. Nein, das ist es wirklich, glaube ich. Ja, meine ich doch. Das ist nicht First of the Kingdom. Das ist schon auch mein Ernst. Wir machen keinen Scherz. Das ist da drunter vielleicht. Da drunter war es mit Zelda. Stimmt das? Ja. Ja. Das ist das vielleicht, ja. Ich dachte, ich hab das Trick gesehen und ich dachte mir von dem Bild ausweiter. Da dachte ich mir, das sieht ein bisschen aus wie Tears of the Kingdom. Ich hab diese... Diese niedrigen Schwarzwerte. Diese Partikel, die hab ich halt erkannt. Diese Asche, die da so hoch steigt. Ja. Oh, der Minecraft-Mach. Der Gloom. Wie hieß das nochmal? Miasma. Genau. Oh, es gibt so einen Majora's Mask Leiter? Ja, dachte ich auch gerade. Ja. Da leuchten nachts die Augen sogar. Der ist cool. Spielt da Nintendo, oder? Das kenn ich, das kenn ich. Das kenn ich. Das kenn ich. Das kenn ich. Oh mein Gott, das kenn ich. Ja. Ich hab auch das Gefühl, das soll ich kennen. Sieht aus, als wäre es ein Switch-Spiel. Hm. Gut möglich, ja. Oder es ist so ein Handy-Game, so ein Brawl Stars oder so. Was ist da dritten rechts? Ist das so ein brennender Drache oder so? Das ist eine Schulter. Ja, Lost Odyssey auf der Xbox 360, sag ich. Warum nicht? Probier's mal. Nein. Das war nur, weil wir hatten ein sehr ähnliches Bild. Und da kam ich auch auf, äh, hab ich auch gesagt, Lost Odyssey bestimmt. Ah, ja, dieses Gebüsch. Mir fällt gerade noch Booker Porn Kingdom ein, aber ich glaube, das ist es nicht. Ähm, hier, hier, Let's Go Pikachu und so. Sieht das so aus? Oh, zittert. Ich glaube, Pokémon hat nicht solche Blumen. Ja. Passt dieses Zeichen zu uns zu diesem Okami-Spiel? Das ist vielleicht irgendwie eine andere Szene einfach aus Okami. Nein, überhaupt nicht. Okami sieht doch gar nicht so aus. Okami würdest du, glaube ich, sofort erkennen. Okami war nicht ansatzweise so HD. Aber stimmt, das wäre auch ein bisschen Pink. Doch. Doch. Also das ist das HD-Remake dann, ja. Ich hätte nur gedacht, das wäre viel aus einer Cut-Szene oder so. Ach, so ein Partikel-Effekt. Die Blümchen sind auf jeden Fall, die Blümchen sind auf jeden Fall Pigmen. Also, ich weiß nicht, ob das hinkommt, aber Secret of Mana Remake? Keine Ahnung, wie das aussah. Ja, vielleicht. Wenn ich diese Büsche sehe, dann stelle ich mir vor, wie man die im Original Secret of Mana kaputt geschnitten hat. Nee. Oder hier. Ich glaube, der Look passt nicht ganz. Der passt nicht ganz, nee. Ist mehr Cell Shading. Oder Trials of Mana. Sieht das so aus? Nein. Das sind auch nicht so wirklich Cell Shading, glaube ich. Ähm. Ja, dann geben wir einfach mal. Ist das? Wir machen einfach mal. Jo. Würden wir ein zweites Bild bekommen. Bananenstand. Das ist Blümchen Tower Defense, aber warum? Ist das erst das Green so verwirrend? Ja, ist es. Oh, ja. Ich wusste, ich war bei... Ich hab ja auch Assoziationen wieder zu irgendetwas. Das ist ein Smartphone-Spiel. Ja, gut. Ich find, Bluens sieht immer aus wie ein Smartphone-Spiel. Oh, ja, jetzt seh ich's auch. Ähm, Bluens ist doch ein Smartphone-Spiel. Es ist ein Smartphone-Spiel. Ja, es ist auch, ja. Aber halt nicht ausschließlich. Was ist ein trauriger Bild. Nehme ich schon. Was ein trauriges Bild. Das Game of Thrones, oder? Das kenn ich, das kenn ich auch. Das kenn ich auch. Was ist? Stopp. Stopp. Weil auch nachzudenken, das kenn ich. DK Jungle Clifer. Ja, würd ich auch zu tendieren, ehrlich gesagt. Das waren die komischen Donkey Kong-Spiele, über die liegt mal jemand im Sinne von, er erinnert dich doch an die Scheiße, redet einfach nur. Mario RPG. Oder es ist, äh, Mario & Luigi würd ich auch sehen. Superstar-Saga, genau. Ja, Superstar-Saga hätt ich jetzt gesagt. Donkey Kong Jungle Clifer ist, glaub ich, zu unbekannt, das würden sie auf der Website nicht bringen. Sieht Minish Cap irgendwo so aus? Doch. Ne, Minish Cap sieht anders aus. Minish? Minish? Minish. Minish. Ja. Minish. Mini und nicht Meini. Mini Meini. Ich kenn da jemanden, der das anders sieht. Ja, probier ruhig mal, Mario & Luigi. Oder DK. Also DK Jungle Climber zu First Run wär crazy. Ich tänd' die aber auch erst mal. Oh Gott. Wo ist der Superstar-Saga? Das Problem bei Superstar-Saga ist, ich weiß nicht, wo die Bäume jemals da so aussahen. Ich könnte den Look so sehen, aber ich erinnere mich nicht an den Ort. Ja, ist auch was. Das ist, das ist, das ist Time, das ist in Time, deswegen. Es hat direkt so viel bei mir ausgelöst und ich hab's trotzdem überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Danke für den... Das ist der Glückswert in den Spielen übrigens. Ja, kritische Trefferschance, hab ich's immer so gesehen, aber Glück kann auch sein, ja. Ja, ist ja kritische Trefferschance. Ich kenn das. Es ist viel drin in deinem Schnauz. Und war das nicht auch Rabatt auf... Auf, äh... Ja, du kriegst Rabatt, Crit, sowas halt, ja. Also wenn man's an dem Punkt noch nicht erkennen würde, dann wüsste ich auch nicht, was... Das war mein erstes Montluigi und ich liebe die ganzen Angriffe mit den Babys. Also ich, ich lieb den Einsatz von allen vier Knöpfen auf dem DS. Das ist, ähm... Ich hatte nur Superstar Saga gespielt, aber das hab ich auch fünfmal durchgespielt oder so. Fand ich super. Partners in Time ist ein bisschen langatmig und so, aber es ist, ich lieb's. Auf dem Bild seh ich nichts. Das seh ich... Also pass auf. Ich hab auch keinen blassen Dunst. Es sieht für mich aus wie so ein vorgerinnertes Video aus dem Playstation 1 Spiel. Grandia? Oh, ja. Nee, es sieht nicht nach Grandia aus. Aber es könnte auch einfach... Ich hab nur Grandia zwei gespielt, Maeve. Mein erster Gedanke war irgendwie Gothic oder so. Ja, ich dachte auch an irgendein PC-Spiel. Könnte auch Ingame sein. Aber es hat irgendwie noch nicht... Ich glaub, wenns PC-Spiel ist, dann irgendwie so ein Adventure, wo man vorgerinnerte Hintergründe oder so hat. Das ist irgendwie... Ich seh nicht, dass das so in einer Ära wirklich... Ich seh nicht so richtig. Was du meinst, ist ein Playstation 1 und ich so ein grandiamäßiges Spiel. Und so eins, was halt nicht grandias, aber so eine Art auch ist. Ja, aber die Säule da sieht so als täkisch aus oder sowas. Ist es Turak oder sowas in die Richtung vielleicht? Ja, möglich. Wir haben Turak schon echt oft erwähnt, oder? Ich nicht. Kann sein. In letzter Zeit begegnet mir das Spiel ständig. Das ist aber ein Kamin eigentlich, ne? Was ist da in der Mitte? Das ist so ein Kessel. Boah, das ist Hugo. Ich sag, das ist so eine vorgerinnerte Szene aus Hugo. Ah ja, da ist so eine Stange noch dazwischen. Ich hab das Gefühl, das ist normale Ingame-Grafik. Dann würde Turak passen, ne? Okay, pass auf. Turak oder Gothic? Was haltet ihr davon, wenn wir Mist sagen würden? Oh ja! Fällig Mist. Mist. Mist hat, ich hab das Gefühl, es hat so diesen frühen 3D vorgerenderten Look. Ja. Aber sah das dann nicht hübscher aus? Das ist nämlich das, was wir beim vorgerenderten die ganze Zeit denken. Es gab diese vorgerenderten Sachen, die trotzdem irgendeine Art sind. Ich hab Mist mal gespielt vor ein paar Jahren, tatsächlich. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Aber Mist, oder? Also wenn es das nicht ist, dann Mist. Es hat mich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Was soll ich eingeben? Mist. Ja, macht Mist. Ist doch eh nix. Scheiße. Wisst ihr was? Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ernst recht gesagt. Das ist ein Mist. 92. Was zur Hölle ist das? 92? Ein 290er-Score. Das ist ein blutiges Gesicht. Ist das Witcher 1? Sah das doch aus? Witcher 1 hatte doch kein 290er-Score. Witcher 1 hatte kein 290er-Score. Nicht? Ähm... Okay, wir sind hier auch gerade in so einem Garten und so. Ich weiß nicht, ob der Score hinkommt. Und seid ihr mit Obscure vertraut? Ne. Ja. Auf gar keinen Fall so einen hohen Wert. Okay. Da hat sich das ja erledigt. Aber Obscure ist ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich hatte damals Teil 2, glaube ich, auf der PS2. Ich mochte es eigentlich. Ich glaube, da war man auch in so einem Garten immer unterwegs. Ich habe Teil 2 angefangen, aber es hatte keine deutschen Sinn. Oder irgendwie so. Was war da? Teil 2, Teil 2, Teil 2. 92. Das ist eine echt hohe Bewertung. Shadowman hieß der so. Gab es das nicht? Ja. 64 oder so. Und sowas gab es auch. Shadowman, ja. Das habe ich auch nie gesehen. Ich habe gespielt. Ja, aber ich habe auch nicht genug gespielt, um es zu wissen, dass jetzt der da rauskommt. Ihr habt das Gefühl, wenn man es gespielt hat, dann kennt man den Kopf. So einen Gegner müsste man ja erkennen eigentlich. Ja, absolut. Das haben wir nicht gespielt. Oh nein. Hä? Ne, der erste Screen haut nicht hin dafür. Was hattest du denn gedacht? In Dark Souls 2 gibt es diesen einen Typ, der nur noch einen Kopf ist. Ich glaube, der hat so eine rote Rüstung. Der verkauft diese Rotrostwaffen. Ja. Ich sagte mir gerade, wie hieß der. Aber nee, nee, der hat so eine rote Rüstung, glaube ich, an. Also Hintergrund und so, die Textur, die passt zu Dark Souls, aber diese... Das ist nicht Dark Souls. Ja, das ist, weil vieles davon immer... Weil viele von Screenshots sind, wo Leute die Spiele hochscrediert haben. Das sieht doch nicht aus wie ein 290er-Score. 92er-Score, das müsste man doch kennen. Keine Ahnung. Ja, das denke ich mir aus, als ob man das... Dann hau einfach mal Gothic rein. Das war ja auch mal unser Gedanke. Vielleicht wissen wir es einfach nicht besser. Ich glaube nicht, dass Gothic so blutig ist, aber damit kriegen wir ein weiteres Filter. Ich glaube, das brauchen wir gerade dringend. Sieht doch gar nicht nach Gothic aus. B. B was? Natürlich ist PC-Spiel, starte ich mir schon. Das habe ich von Anfang an gesagt. B was? Könnte es Baldur's Gate sein? Baldur's Gate war nicht 3D. Das ist irgend so ein Harry Potter einfach. Ich war nur noch alle 2D, die Teile vor 3. Das ist ein super verstörender Gegner. Ja, vielleicht sind es ja Cutsdiennes oder so gewesen bisher. Ich meine, ich habe auch keinen besseren Anhaltspunkt als B, Baldur's Gate. Baldur's Gate ist ein PC-Spiel. Hat sonst jemand was? Ne, machen wir mal, dass wir mehr sehen. War hoch bewertet, oder? Die ersten beiden Teile glaube ich auch, ne? Die ersten beiden Teile waren populär. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Aufnahme nicht beende. Oh, Darker Lions. Oh, das sagt mir was. Action Stealth. Warte, warte, warte. Fuck. Das ist einfach Thief. Thief einfach? Ja, das ist Thief. Das habe ich gespielt vor kurzem. Thief hat so einen Gegner? Ich hätte schon gehört, ich habe Thief auf dieser Seite schon mal gesehen. Und das waren andere Bilder. Retro Pixel. Aber ich glaube, es war Thief 3 oder so. Zeig doch mal die Spielschuss, bitte, von Anfang an. Also, als ob ich so einen scheiß Raum erkenne aus dem Spiel. Und so weit habe ich wahrscheinlich... Ich habe nur die erste Mission gespielt. Und dann war die Steuerung mir zu scheiße. B. Ich meine, das hätte man, wenn man das Spiel gespielt hätte, bestimmt erkannt. Ja, das hat habe ich auch erkannt. Das war ein guter Anhaltspunkt für uns. Puh, Menge los hier gerade. Ist da das Darksein im Himmel? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wird die Sonne hier gerade hollow, oder was? Hm. Das ist Sekiro. Meinst du? Ich weiß nicht, ob es einen Sonnenfinstern ist, in Sekiro gab. Es sieht aus wie ein Spiel, was eigentlich gut aussieht, aber was viel zu tief reingezoomt ist, oder? Ja. Die Lichteffekte sehen modern aus. Das sieht mir nach ein bisschen einer pre-rendered Cutscene aus. Ja, das Gebäude könnte echt so japanisch-Alterstil sein. Shenmue? Shenmue sieht nicht so gut aus. Nee, da ist auch so ein Planet, oder? Das ist nicht einfach eine normale Sonne und mit einem Mond oder so. Shenmue hat, glaube ich, keine vorgerenderten Cutscene. Das ist, äh, ein großer Teil davon kommt daher, dass alles in-Engine und in-Game ist. Hm. Ja. Diese Sonne erinnert mich so sehr an die Eclipse auch von Berserk. Oder aus Dark Souls 3, oder? Dark Souls 3? Was hast du Dark Souls 3 gespielt, Puli? Ich meine, Dark Souls 3 hat es von Berserk geklaut, also. Ich gebe es einfach mal ein, oder? Ja. Mal gucken, was noch kommt. Soul Calibur? Soul Calibur, ja. Sieht aus wie Soul Calibur-Charaktere. Ja. Aber welcher Teil? Vier? Fünf? Ja, okay. Sechs? Gebt uns das Calibur an und wir suchen uns einen guten aus. Ich würde sagen, vier einfach. Nehmen wir einfach vier dann. Vier klingt gut. Ist aber auch falsch. Ist es ein gelber Kreis? Komplett falsch. Switch, PS5, Xbox Series. Was? Switch? Das kam auf der Switch raus? Ich, das ist dieses eine... Ich wollte gerade sagen, das kam gerade erst neu. Dann ist es doch Mortal Kombat. Das war in der Direct vor der letzten... Mortal Kombat ist auf der Switch. Und auf allen Plattformen und da gibt es auch jemand. So in der Kleidung. Das war ja Mortal Kombat einfach. Was Mortal Kombat heißt. Ja, ansonsten gibt es nicht so viele Spiele, die gleichzeitig auch auf der Switch rauskommen würden. Aber wo ist... Also Mortal Kombat. Wo ist das der Mortal Kombat-Stil? Ja, okay. Da kam auch ein Film vor kurzem, glaube ich. Gerade drin. Ist gerade wieder innen. Da, genau. Aber nochmal Mortal Kombat. Wie ist das? Was? Mortal Kombat 1? Einfach nur Mortal Kombat wieder? Oder so? Ja. Ja. Wo finde ich das? Das war oben. Da, Mortal Kombat 11 war auf der Switch oder nicht? Nimmst du schnell runterscrollen, dann kommt es. Ah ja. Ah da. Mortal Kombat 11 ist auf der Switch. Die Reihe ist schon mal gut. Ich lasse dir übrigens, dass die ist Mortal Kombat 1. Das ist Mortal Kombat 11. Vielleicht ist das Mortal Kombat X. Oh, dann heißt es echt 1. Ja, kann sein. Das gab es im eShop. Das ist 1, ja. Kannst du nicht 11 im eShop für 120 Euro oder so? Keine Ahnung. Das war super teuer im eShop auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht die Switch-Version, was wir hier sehen. In der Switch-Version gab es richtig lustige Vergleichsbilder, aber... Das ist eine Wand. Mensch. Was ist das? Wie eine Schulter-Version, was würdest du sagen? Also. Mhm. Ich würde Richtung Final Fantasy tendieren, weil wir vielleicht einen blauen Kristall da oben rechts sehen. Ich dachte auch an 10 oder Xenoblade Chronicles. Ja, Final Fantasy 10. Ja, Final Fantasy 10, klinken wir ein. Let's go. X. Da kommt gleich wieder dieser Ball. Vielleicht auch Quake. Ja. Das sieht nach Quake aus, ja. Weiß nicht, ob ein Metascore von 85 für Quake hinkommt. Da läuft es ja Quake 2. Shit. Es ist... Es ist Ocarina of Time. Nee. Nee, nee, nee. Es ist wie so... Passt auch. Ja, okay. Guck mal, da unten ist eine Faust mit einem Schwert. Ja, ja. Es sieht aus wie so ein... Also, mir fällt ein so ein Boomer-Shooter ein, der... ...ungefähr so ein Setting haben sollte. Und das war Hexen. Jawohl. Ja. Auf jeden Fall gibt es keinen Too Old for Metacritic, oder? Da waren 85 oder so, ne? Ja. Ja, aber das ist auch immer ein bisschen schwankend. Du hast auch viele ältere Spiele. Wie zum Beispiel Ocarina of Time oder so hast du auch bei Metacritic. Hexen finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Das könnte es sein. Ich wüsste halt nicht, was man sonst so... Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es so ein FPS ist. Vor allem auch PC-exklusiv. Ja. Dass es ein Schwert hat. Sieht ein bisschen actionreich. Ich glaube, es ist kein RPG. Es sieht ein bisschen actionreich aus. Ist das ein Schwert oder ist das vielleicht ein Bogen? Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Ah ja, das ist... Oh mein Gott, ich dachte, das rote wäre der Bogen. Das ist aber der Flügel von den Drachen. Wollen wir Hexen versuchen? Das ist ein Schwert, das sind ganz kleine Dinge da. Ja, ja. MMO? Was ist das? Jetzt, äh, Zombie Maeve? Neverwinter? Ja, äh... Heißt das so? Es gab ein Neverwinter-MMO, aber das habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht. Und hier... Kalibur? Irgendwas? Das kenne ich nicht. Was? Kalibur? Was? So, Kalibur hat mir vorhin schon gesagt. Das stimmt, das war nicht... Oh, wie hieß denn das andere Spiel? Ah... Es gab mal ein Warhammer-MMO, aber ich glaube, das sieht ja nicht sehr ein Warhammer aus. Das ist nicht Warhammer. Ja. Titans Quest. Was war für... Titans Quest ist kein... Neverwinter. Ja, müssen wir reingehen. Ich weiß, meinst gerade nicht. Gehen wir rein. Haben wir nachher noch zwei Versuche. Aber Neverwinter Nights. Ne. Ist dann eh nicht. Skolmer runter? 99. Ne. Foto 6, okay. Feuerwerkbogen. Ja. Das ist ja so ein... Ist das Ultima einfach oder so? Ultima war doch ein... Gab es ein Ultima Online, das 3D war? Es gab ein 3D-Ultima Online. Das war halt sehr mies. Ja, würde ich sagen... Wollen wir versuchen? Ja, let's go. Rein da. Ne. Was ist denn das? Was ist das? Warum sieht der aus wie ich? Was soll das denn? Warum hat der... Holy shit, warum hat der so viel Text? Ey, ist das dieses Metin oder wie das hieß? Metin. Das ist nicht Metin. Ich kenne das nicht. Das muss Metin sein. Das war nur eine Frage. Metin war doch ISO oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe Metin aber gespielt. Das sieht nicht nach einem Metin aus, was ich kenne. Ach so, okay. Ja, Metin war doch nicht so alt. Ja. Ich bin sehr froh, dass sie dieses komplett nutzlose GIF gewählt haben. Naja, was ist so gelitten? Das Gefühl, ich hätte es doch schon mal gesehen. Was gab es... Was waren so scheiß alte MMOs, die Leute vielleicht sogar ein bisschen gespielt haben? Ich habe noch etwas mit Dark Age of irgendwie in den Kopf. Dark Age of Camelot. Ist das so? Ich glaube schon. Aber passt ja nicht mit den Uga hier. Keine Ahnung. Ist auch nicht hier Herr der Ringe online oder so, ne? Warte, warte. Nee, warte. Von 98 ist das. Fuck. Ich wollte gerade sagen, was mit RuneScape 2? Da hat sie ja etwas ganz so Shit-Look. Aber RuneScape ist ja... RuneScape selber müsste ja von 98 oder so sein. Der 2 müsste dann später sein. RuneScape habe ich halt auch gespielt. Da hätte ich ja Sachen von erkannt irgendwie. Irgendwie. Auch Teil 2. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber trotzdem hätte ich es erkannt. Ja, sieht schlecht aus für uns, ne? Ja, ich glaube... Ich glaube, das, äh... Ist es das erste Mal, dass wir das dann verkacken? Oder hatten wir schon mal irgendwo nichts erraten? ...Quest for Camelot, Legend. Da gibt es schon Camelot existiert manchmal. Ach, Ultima Online haben wir schon eingegeben. Ja. So ist auch immer. EverQuest! Nie gespielt. Nie gehört. Ich schon, aber darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich habe es auch gehört, aber ich, 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 ich kenne MMOs nicht. Ja, das ist mir wirklich... Also wenn es so ist, dann wundert es mich nicht, dass ich es nicht gespielt habe. Hatte ich wahrscheinlich noch nicht mal richtiges Internet. Super Monkey Ball. Ja, 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 ja. Könnte es irgendwie sein. Monkey Ball irgendwie. Ich würde sagen, es ist auf der linken Seite ein bisschen zu dunkel dafür. Und Super Monkey Ball, der Boden ist eher grün, aber wir können mal versuchen. Nee, das ist, das passt sich immer nach Level an, wie der Boden ist. Das ist die Monkey Ball Reihe. Das ist Super Monkey Ball 2. Banana Blitz. Banana Blast. Okay, da ist 2. Ja, 1. Oh ja. Gold. Hier ist es überall grün. Ja, nevermind. Ja, da ist grün. Ja, die erste Welt. Oh, es ist echt dunkel. Guck mal, wie, wie, wie realistisch die Textur teilweise sind. Ich dachte, es ist Cartoon hier. Ich habe nur diesen Boden gesehen und dachte mir, ja. Ja, hast du gut gesehen. Das auf jeden Fall. Uh. Das Schloss dahinten werde ich erkunden. Hat könnte einiges sein. Ja. Ich sage Assassin's Creed. Es könnte ein Haller sein. Oh, ja. Oder? Doch. Der erste. Habe ich nicht gesehen. Ja, klar. Der erste. Der zweite sieht nicht so aus. Ja, wenn man viel reinzoomt, sieht alles Gute auch nicht so gut oder mehr aus, ne? Ne, ne. Ich habe das Gefühl, auch hier hat man wieder... Man sieht dann den Lichteffekt, wie das nicht so aktuell ist. Oder? No. Habe ich zumindest auch den Eindruck. Aber es könnte halt auch immer ein bisschen täuschen. Es könnte noch Assassin's Creed Warhalla sein. Aber das ist einfach der Joker. Wenn wir... Das will ich als zweites erst mal raten. Also ich habe auf jeden Fall Assassin's Creed Vibes irgendwie. Keine Ahnung. Ja, dann gehen wir da mitmachen. Oh nein, mein Joker. Okay. Warhalla? Ich will kein Anziehen machen. Da machst du nicht... Ja, ja. Ne, du nicht Warhalla. Doch! Was? Stark! Was? Ich habe da über 100 Stunden drin. Ich erkenne irgendwie so ein bisschen was davon. Ich hatte auch diesen... Okay. Das sieht halt aus wie Assassin's Creed, das Gebäude so am Horizont irgendwie. Ich meine, ja, das sehe ich aber für... Ah. Eine Katze. Mhm. Eine Katze. Du redest. Besseres Gift hätte man gar nicht wählen können für das Spiel. Ne. Die setzt sich vorne auf dein Schiff und sitzt dann immer da. Da ist irgendein JRPG, oder? Ja. Ne, warte, das ist ein Auto. Eine Autorin. Das ist ein rotes Auto. Ich habe nur den Bogen gesehen, aber... Oh, jetzt erkenne ich das Auto. Das Auto ist ja so anders, als man denkt. Ich dachte, das sind Dächer von den Häusern oder so. Ja, oder so eine... Also, so Fahnen oder so. Da guckt doch einer raus aus dem Auto hin, oder? Mit so einem Wolfskopf. Der schießt doch! Ist das ein Wolfskopf? Ja, nee. Ich weiß nicht, was das ist. Feine fährt sich 15. Auf dem Auto ist so ein Zielvisier. Erkennt ihr das vielleicht? Ja, stimmt. Stimmt. Nee, ich erkenne es nicht. Also, ich sehe es aber. Ich weiß, was ist die Hände. Ich erinnere mich sehr an Atomic Heart, aber da fährt man halt nicht Auto, also... Nicht. Ich fährt hier auch. Ich glaube, dass jemand anders hier Auto fährt. Ich erinnere mich nicht an Autos, allgemein. Aber mit den Flaggen und diesem Torbogen könnte es schon ein Atomic Heart sein, ne? Ja. Ja, das ist ja overdesigned gewesen, alles da. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal... Wir gehen direkt mal... Atomic heißt. Oh ja, okay. Gute Arbeit. Wir zeigen natürlich den Kühlschrank. Ich bin ein Kühlschrank. Das ist wichtig. Ja, der Kühlschrank, der bei 6 haben wollte. Super funny. Hm. Und Fisch. Es sieht optisch schon ganz cool aus, zu spielen. Ja. Ich wollte es unbedingt spielen, als es rauskam, aber ich habe es irgendwie nicht gestartet. Äh, Orks must die. Oh, ja. Das sehe ich. Gibt es davon nicht aber auch drei Teile? Ja, es gab drei. Ja, es gibt drei. Ja, es gibt drei. Mir sagen Teil 1. Orks müssen sterben. Holy shit, an dem Gitter, okay. Crazy, Alter. Aber es hat mir bestimmt auch hunderte Stunden, oder? In dem Spiel? Nö, das habe ich halt einmal durchgespielt, aber... Oh. Ich habe es immer wieder angefangen und ich dachte mir, erinnere mich ist arsch, langweilig. Ja. Ja... Es hat aber auch was. Es hat was, aber irgendwie... Age of Mythology. Age of Mythology. Ja. Ganz klare Sache. Das hätte ich nicht gewusst. Alter, was geht denn jetzt ab? Kein Zweifel an der Stelle. Wir kennen doch unseren Boden. Schau dir die Schatzkammer mal an, was die Griechen da hatten. 2011 habe ich zuletzt Orks must die gespielt. Da ist ein paar Tage her. Oh, das ist schon... Gutes, Skiff. Oh, das muss ja ein bisschen laden. Ja, das... Das ist viel Information, was da laden werden muss. Passiert so viel hier gerade? Ja, gar nichts. Das ist einfach die erste... Einfach kurz eingeloggt ins Spiel. Ja, gar nichts hier. Ach, du Scheiße. Äh, oh. Ne. Es ist das Spiel mit... Mit... Also das sind Kommas und Ausverzeichen und... Und... Ist das einfach Rogue? Das ist eine Textgrafik, ne? Oh mein Gott. Vielleicht Rogue. Na, ich würde sagen, versuchen es mal. Ich glaube, das war noch so auf Text basierend. Also Optik. Oh Mann. Ja, was in der Hölle. Alter, wie sehen die Bildschirme, wenn man in Fallout was hackt aus? Auch sehr ähnlich. Vor allem haben die dann das Grüne da. Alter, das wäre ja so dreist. Ich weiß nicht, das können die Versuche sein oder sowas. Ja, Fallout klingt auch sehr gut. Kannst gerne erst Fallout probieren. Ich weiß nicht, ob das Original überhaupt hier drin ist. Ich glaube, das ist gar nicht da. Ne. Ich habe Rogue auch nicht gesehen. Sagen wir Fallout 4. Joa. Ne, sagen wir nicht. Oh, das ist... Too old. Das sind die, die ist grillisch oder wie das heißt. Ja, grillisch. Ja, Stalker dann vielleicht? Metro oder Stalker. Ja, irgendwie so. Sie sind doch nicht zu alt für einen Metacritic Score. So, ja stimmt. To old, ja. Das ist... Ja, aber für einen der ersten Stalker schon. Stalker 1 hat trotzdem Metacritic Score, oder? Ja, wahrscheinlich. Wir können Stalker mal versuchen. Metro würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Dino Stalker. Zwingt mich jetzt... Ach komm schon. Mit den Punkten, ja. Da ist es. Ne. Ne. Elektroniker 60. Was ist denn das? Was ist das überhaupt... Ist das das originale Tetris? Oh man. Warte, was? Da habe ich sogar auch dran gedacht, aber ich wusste nicht, dass Tetris mal so... Mach mal. Es sah aus wie eine Tetris-Version. Ich wusste nicht, dass das erste so war. Passt ja auch damit grillisch und so, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich... Tetris. Natürlich, wegen... Guter Call. Ja, so sah das aus. Ja, ja, ja. Oh man. Ach du Scheiße. Das habe ich glaube ich noch gar nicht so gesehen. Ne, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist aber super interessant. Ich meine, das kann man aber nicht so... Ich habe mal so eine Version gesehen, aber ich wusste nicht, dass das die erste war. Oh, die hat nicht so viele Grafikkarten damals. Tetris. Dann nennt man das Tetris eigentlich, wenn man da vier in einer Reihe macht? Ja. Das ist ein Tetris. Ähm... Surgeon Simulator 2. Ich sehe den Blutstand an der Wand. Ja, weißt du was? Fieh ich gut. Es gab nen Co-op Surgeon Simulator und das war... Surgeon Simulator 2. Ich fand damals davon, als dieses kostlose Spiel war, da fand ich super lustig und dann, als die Vollversion kam, dachte ich mir, ne, ich glaube ich bin drüber hinweg. Ne, ist bisschen... Teil 2 meinst du? Teil 2. Teil 2, ja. Teil 4 auf einmal. Alter, du bist ein Gamer. Meta-Pretic-Score 70, ja. Ich mein... Ja, das war ja sofort mit Metal-Pass und so'n Schmarrn. Was? Was? Heartbroken? Es ist halt ein Co-op-Spiel, eigentlich ganz witzig, aber... Uh, es sieht lauter. Es ist... Wahlen. Es ist Heroes. Wahlen. Wahlen. Warum sind da Wahlen? Ne, es ist Heroes... Ne, es ist nicht Heroes, oder? Ja. Ist das so eine ganz alte Civilization zufälligerweise? Hm. Boah, das weiß ich nicht. Die hab ich nicht gespielt. Kann sein. Perspektive ist doch so ein bisschen wie Civilization wäre. Ich mein, es ist bei... Ja. Symmetrisch so Strategiespielen und sowas. Da ist jetzt die Frage, kann man da... Konnte man denn da Fische fangen und so? Also, ist das so ein Strategiespiel? Also, ich denke, ein Wallfang ist ja durchaus... Er wird auf jeden Fall angedeutet, Maeve. Ja, 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 geht, geht, auf jeden Fall. Also, zumindest... Also, ich kenn die... Ich spiel die Reihe seit 4 und da gab's immer Wallfang und Fischfang und sowas. Ich weiß halt, die spiel das erst. Dann mach mal Sid Meier's Civilization halt, ne? Hiechst du so, Sid Meier? Genau. Ist okay, wir geben einfach Civilization ein. Teil 1? Ja, macht Teile. Ja, es ist Sid Meier's dann. Oh, ist direkt 3, ja. Dann Teil 2. Dann 2 oder 3. Was sind das hier grad die ganze Zeit für zweite Teile? Naja, wir sind schon bei Nummer 700, ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen drinnen rum. Aber ich mein, gerade jetzt. Wir hatten so 3 hintereinander oder so. Ist das Civilization 2? Was? Okay. Die Civilization schreit gerade voran. Ha. Ha. So erinnere ich mich daran. Zivilisiert. So erinnere ich mich daran. Ich fühl mich ja wie zu Hause hier. Und Kiel. Stadt Hamburg. Bei Paris mögen sie die roten Ziegel. Das ist wirklich dreist mit Kiel. Spiele. Wie viele verschiedene Perspektiven hat man in diesem Spiel? Ein paar. Ich seh schon. Das ist Skyrim. Ja. Oder? Ja, ja. Seh, seh ich, seh ich. Ich kenne die Beleuchtung zu hübsch für Skyrim. Wobei, nee warte mal. Die Bäume? Stimmt. Das ist zu hübsch für Skyrim. Das ist Skyrim mit Mods. Das kann ja diese Glatze da an. Das kann ja wirklich so ein Mod at Skyrim oder sowas sein. Hm. Hm. Achso, ich hab das bei nem Lederhut, aber das ist echt ein Kopf. Das ist ein Kopf. Eine Stirn. Joa. Ich dachte auch Skyrim, aber es sieht irgendwie so hübsch an was, oder? Ja. Ich würde Skyrim auf jeden Fall definitiv sehen. Ja, lass reingehen in Skyrim. Außer wir haben jetzt irgendwie noch ne bessere Idee. Wer ist dieses... 45? Ach du Scheiße. Wie heißt dieses Zombiespiel? Seven Days to Die? Hat das so niedrigen? Nee, das kann nicht so niedrig sein. Die Leute haben Spaß dran. Doch, doch, der hat den so niedrigen bestimmt. Äh, ich fand's... Mit diesem Müll auf der Straße... Das ist Seven Days. Stimmt, mit dem Müll auf der Straße, ja. War das was mit Zombies? Ja. Dann meinte ich das, glaub ich, sogar. Mit Zombies. Warum war der erste Screenshot so viel schöner als der Rest? Ja, was ist hier denn los? Sieht so gut aus für Skyrim, ich stimme dir zu. Hä, was ist dieser erste Screenshot? Der erste Screenshot. Der erste Screenshot. Der richtige Welt. Ach du Scheiße. Es spielen so viele Leute gern und ich weiß immer nie warum. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Spaß macht, sich so eine Base aufzubauen und so. Ja. Und verteidigen und sowas. G. T. Was? Richtig. Resident Evil. Oh wirklich? Ich hätte ja vorgerechnet das Resident Evil oder so gesehen. Ich hab auch Resident Evil gesehen. Du musst immer an GTA denken bei den Krankenwagen, aber kann ruhig Resident Evil sein, ja. Vor allem die Lichtverhältnisse und sowas. Genau. Der Anfang aus Resident Evil 2 könnte ich mir gut vorstellen, wo so viel war. Ja, 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 ja. War falsch. Nicht mal die Reihe. Das sehe ich nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr komplett anders. Trotzdem nicht GTA, oder? Jetzt hab ich nicht mal fast einen Plan, was das sein könnte. Das ist ein Monitor. Ja, das sehe ich. Hä? Aber was für ein Monitor? Ähm. Warum sind die alle gleich gekleidet? Wovon sind wir gelandet? Und wer modelt Kami von einem Monitor? Und wer modelt Kami von einem Monitor? Life is Strange 2. Nein. Oder? Nein. 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 Mach nochmal kurz das erste Blit, nochmal das zweite Blit danach. Einfach so. Für den Vibe. Das ist bestimmt irgendein Story-lastiges Spiel. Mhm. L.A. Noire. Ne. Ja, sowas wie Fahrenheit oder so hatte ich im Kopf. Ja, ja, ja. One Two Dream. Aber sieht Fahrenheit so gut aus? Ich... Also, der NPC da vorne, wenn du dem seinen Nacken anguckst, der... Oder wir machen... Oder gehen wir in Heavy Rain einfach mal rein? Heavy Rain reingehen? Ne, Heavy Rain... Stimmt, Heavy Rain... Polizeistation vielleicht, wo man verirrt wird? Doch, könnte. Weißt du was? Ja, ja, ja. Wie heißt dieses Spiel, wo man diesen... Beyond... Beyond Toast oder so? Ja. Der ist ja auch ein Teil von den Spielen. Stark. Nice. Okay, dann hätte ich's auch erkannt jetzt. Echt damit? Okay. Das ist die Sonnenbrille. Die Stelle war richtig scheiße. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt da war. Da hat's geregnet und da musst du mal kurz hinten rechts... Siehst du, da muss man so hochklettern mit so Quick-Time-Events. Da musstest du als der Detektiv unterwegs sein und überall irgendwo so kleine Hinweise pinnen und so. Es war richtig nervig. Ich hab Heavy Rain nicht gespielt. Mir wurde nur das Ende irgendwann gespoilert, weil einer sich beschwert hat, dass ihm das Ende gespoilert wurde und er hat's mir dabei gesagt. Na ja, na super. Ich hab's im Stream gespielt und mir hat jemand das Ende gespoilert. Perfekt. 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 Ey, ey, ey. So kacke. Ich sag mal nix zu dem Gift gerade. Ja, ich hab mir auch mal einen Teil gedacht, Maeve. Fable? Ne. Oh, ich wollte ja Overlord 2 sagen. Oh, ja, ja, ja. Da gab's auch so ein Winterdorf. Bei Fable 2 fängt man in diesem Winterdorf an, ne? Da fangen wir mit Fable 2 an. Ja, der Schnee sieht besser aus als... Das sieht so krass aus wie der Anfang davon. Boah. Schön. Krass. Hab ich letztens erst gespielt wieder. Oh, Fable 2, da konnte man sich dann alle Häuser kaufen und dann in der Xbox die Zeit 10 Jahre vorstellen und dann hat man Milliarden Zinsen aufheben können. Oh, ja. Wirklich? Ja. Das Spiel war sowieso echt cool, muss ich sagen. Ich hab's echt gemocht. Level 1, Runde 1. Okay. Ja. Warum ist die 1... Was ist das für eine Zeile hier? Stimmt. Woll ich mich verarschen? Stimmt. Was soll das? Warum ist die so viel weiter unten? Das ist eine gute... Warum ist die untere Striche auch fetter bei der unteren? Dementsprechend sag ich, das ist nicht authentisch, alter Hardware, das ist irgendein Indie-Spiel. Nee, das ist ja schon eine... Die diesen Retro-Look wollen, aber sie haben's verschissen bei der 1. Nee, das ist noch einen Pixel weiter runter. In welchem Spiel gibt's denn Level und Runde? Ich glaub fast, das ist gleich hoch, oder? Wie die Schrift. Ja, aber... Es wirkt nur so wie eine Farbe. Unten halt nicht. Ich hasse das auf jeden Fall. Und das ist halt ein bisschen breiter, der Pixel, ne? Na, also das ist halt ein Pixel weiter unten, Maeve, die 1. Als... Also... Das untere. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja. Das reicht mir nicht. Ich hab keinen Dunst. Äh, hier, ähm... Warte. Nee, warte. Oh, gar nicht schlecht eigentlich. Na, wobei Level macht keinen Sinn. Hier, wie heißt... Wie heißt das nochmal? Ähm, nein, wie heißt... Ähm... Bubble Bobble. Hatte das schon... Da musste ich grad denken. Bubble Bobble hat Level. Aber das hat keine Rounds. Dann schon. Machen wir mal Punch-Hot, oder? Machen wir Punch-Hot. Player 1. Das sieht immer so anders aus. Level 1, Round 1. Vor allem mit nem schwarzen Hintergrund. Ist das schon als Rennspiel wegen Runde 1? Ja, vielleicht. Das dachte ich auch. Auch hier wieder von dem... Von dem Verlauf hier bei der Schrift auch wieder... Sieht nicht wirklich nach Nintendo oder so aus. Ich würde fast sagen, das ist ein Atari-Spiel. Möglich, ja. Mhm. Aber wie heißen da... Wie heißen da ein Rennspiel? Racer. Keine Ahnung. Racer. Stimmt. So würden die heißen. Ja, wirklich alle solche... Football oder was auch immer. Ja, ja, ja. Ähm... Keine Ahnung. Space Invaders. Mir fällt auch nichts ein. Schauen wir, dass das nächste Bild wird. Das ist nicht Space Invaders. Oh! Odyssey 2. Ähm... Nein, Q-Bert. Oh ja, Q-Bert, natürlich. Q-Bert. Stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Direkter kann. Ach, komm schon. Beim dritten Bild zu Ende. Direkter kann. Ah, natürlich. Der gute Q-Bert. Das klingt gar nicht, oder? Das klingt gar nicht, oder? Ah, ich möchte anmerken. Das ist keine Nintendo-Plattform. Oh, es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Es ist aber gelöscht. Sehr gut. So viel anders als das davor. Das hätte das zweite sein sollen. Hätte ich es erkannt. Was macht man denn Q-Bert überhaupt? Ach, das ist Q-Bert. Ich kenne davon eigentlich auch nur wirklich die Parodien aus Family Guy oder so. Ich auch. O-March da, Lisa und so. Es sieht aber super unspaßig aus. Dann muss man alles für uns ungut. Das ist ein Charakter aus Ralf Reichs. Wieder gelöscht. Der macht so ein Geräusch. Giblio, ja. Tony Hawk's Proof Gamer. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube aber, das ist das erste Level aus Teil 2, Maeve. Das ist der Flugzeugkranker, ist das. Ja. Also zwei. Oh, ja. Richtige Gamer. Ganz klare Sache. Ebenso würde ich auch mal Tony Hawk spielen. Yeah, 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 yeah. Das lief immer und dann ist man losgefahren. Yeah. Das war das Level. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Boah, so spiele ich auch das Spiel, deswegen spiele ich es nie. Wie sieht es auch immer aus, wenn ich was versuche. Das Spiel musste ich muten. Das hat noch so viel Spaß. Ja, wir haben es vor ein Jahr oder so, haben wir das gebracht auf Mythos Play. Und dann musste ich den Turm muten wegen der Musik. Und dann habe ich immer eingefügt, so von Dark Souls. Oh, wenn er hingefallen ist. Ja. Ja, das war mein... Das war das Video, 20 Playstation 1 Spiele für jeweils 10 Minuten. Ah, ja, genau. Genau, ja. Oh. Ah. Hm. Chained together. Ich habe einmal nie abgedacht, aber das ist auch nicht. Sieht sehr chaotisch aus. Sieht ganz cool aus. Sie gefällt mir. Ja. Hm. Aber ich habe kein Spiel dazu im Kopf. Nee. Ich auch nicht. Verdammt. Oddworld. Oddworld hatte doch nicht so eine... Ich meine, wir können es testen. Es gab das Oddworld Remake. Das wäre dann einfach so... Ja, genau. Weißt du, ich denke, das könnte es sein. Ja, testen wir es aus. Da ist es. Da. Nee. Nö. Der Hammer. Der Hammer. Der sieht aus wie... Der sieht aus wie von Warcraft. Ja, ist das... Wow. Zeig nochmal das Erste. Das ist... Hm. Okay, ja. Nee. Das Zweite... Das sieht so Warcraft-mäßig aus. Das Rechts ist irgendwie so ein... Ogre oder sowas, wo man nur so den... den Stoffgürtel von ihm sieht, den er anhat. Das sind Blume. Ja, genau. Kennst du nicht die Ogre-Blume? Hm... Doch. Wenn wir nicht weiter darüber reden, dann kenne ich sie. Es gab... Es gab Two Worlds, was so ein Ziel in die Richtung hatte. Oh, Two Worlds hat aber keine 89%. Nee, nee, nee. Aber keine 89. Das ist eben... Ich habe Two Worlds 1 damals gerne gespielt. Das war in einem Sommer. Ich habe abwechselnd Two Worlds und Gothic 3 gespielt. Das heißt, da hatte ich auf jeden Fall die volle Ladung an RPGs. Ich hatte so einen riesigen Knochen, da war eine Flammenverzauberung drauf und das war meine Waffe. Uh. Der riesige Knochen. Worlds 2 hatte auch so super merkwürdige Online-Features. Worlds 2 habe ich nie gespielt. Sehr froh. Ja. Ja. Ähm. Tja. Der Grafikstil passt halt nicht zu Warcraft, ist das Problem. Was haben wir denn sonst so für RPGs? Ich überlege auch. Gut waren. 89 ist ja schon eine heftige Wertung. Das ist eine Nummer. Hm. 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 Nee, 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 nee. Mir fehlt nichts. Noch noch mal das Erste. Weil das Erste ist so ganz anders irgendwie. Ah. Es sieht aus wie aus so einer Cutscene oder sowas. Maybe. Mhm. Ah. Nee, nee. Shit, nee. Hm, nee. Und was habt ihr unten geraten? Also, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht Herr der Ringe Online, aber die Ketten sehen Oh, Herr der Ringe passt so gut. Aber Herr der Ringe Online, meint ihr? Das hat so eine hohe Wertung. Ja, vielleicht. Ja, ja, ja. Das passt gut. Herr der Ringe Online war sehr populär. Ja. Oh, okay. Das hat Fully Fündchen erwähnt, ne? Ja. Das sah auch schon so aus. Nee. Verdammt. Ist das ja wieder so ein PC-RPG? Das hat man direkt wieder gesehen. Kenn ich nicht. Das ist ja die Phönixe. Das ist Two Worlds. Das ist ein doppelköpfiger Phönix. Das sieht grafisch auf jeden Fall deutlich schlechter aus als das hier. Und hier sieht man auch so ein bisschen diese Kompression. Ich vermute, das ist eine Cutscene. Weil das Ingame-Zeug, das sieht irgendwie alles deutlich schlechter aus als das. Mhm. Ich hab Gothic 3 nicht gespielt. Das ist es aber nicht, ne? Gothic 3 hat keine 89er-Wertung in irgendeinem Paralleluniversum. Gothic 3 kam sehr schlecht an. Ich hatte mir für Gothic 3 eine Grafikkarte gekauft. Und dann hab ich festgestellt, dass die Grafikkarte nicht das Problem war. Aber ich kannte mich nicht mit PCs aus. Das Problem war wahrscheinlich das Spiel selber, was super unfertig war. Also wirklich, es ist sehr berüchtigt dafür, dass es scheiß unfertig war. Es lief halt gar nicht, eigentlich. Ich hab's gespielt, dass ich's kennen müsste, ne? Ich weiß noch, dass da... Die hatten in den Dörfern in Gothic 3 immer Schatzkammern. Die nicht wirklich bewacht waren. Und wenn man einen Schritt zu weit reingeht, war das ganze Dorf hinter dir her. Ich bin der Lukas. Bei meiner kommt ein Dialog, wo sie dann sagen, Vorsicht, Freund, jetzt besser zurücktreten. Aber nein. Einfach einfach an hinter dir her. Ich seh, gleich steht wieder, dass es irgendein eins dieser MMOs war. Nach World of Warcraft gab's halt irgendwie 20 MMOs, die so Stile hatten. Warhammer Online. Nein. Gehen wir mit Guild Wars rein. Es ist Neverwinter. Guild Wars? Neverwinter. Ah, joh. Ja, es gab Guild Wars 1. Guild Wars. Guild Wars passt gut. Ja. Ja. Guild Wars 6. Oh, ja. M-M-O-R-P-G-E. Ich hätte es nie erkannt. Hübschen Masken-Nerd. Es sieht so anders aus im sechsten, als alles andere. Oh, ja. Wahnsinn. Weißt du? Sechs unterschiedliche Spiele an. Ja, wirklich. Das waren die ganze Zeit auch Cutscenes. Ich mag den gut da übrigens. Ich glaub, bei Guild Wars war ich irgendwie beeindruckt, dass der Umhang so eine Physik-Engine, also eine Physik hat und so richtig auch gewackelt hat und alles. Oh. Neutomata? Ne. 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 Die leichte Recht. Ne, die leichte Recht hab ich jetzt auch gerade gesehen. In Armored Core gab es doch auch so ein riesiges Ding in der Wüste. Hat man so eine rechte Anzeige in Armored Core? Man hat viele Anzeigen. Mach ruhig Armored Core. Armored Core 7 war das. Das ist doch ein bewaffneter Kern, wenn ich eingesehen hab. Sechs. Alter. Guter Call, Moggy. Ja. Oh, die Explosion, die hätte man erkannt. Moggy hat's halt durchgespielt, ne? Ne. Ich hätt's nicht mal bei dem Symbol erkannt. Hätt ich's daran erkannt. Ich glaub, Zombie hat beide Endings geholt, oder? Beide von drei. Genau. Ach so, drei? Ich hab nur eins geholt. Alle beide. Von den dreien. Balamb Industries auf Screenshot 5 hätte ich auf jeden Fall spätestens erkannt. Das hört sich mal wieder spielen, ich mochte es eigentlich. Ich mochte es auch echt gerne. Hast du noch zwei Endings zu holen? Was ist das? Final Fantasy 7 ist das, oder? Ne. Da hängt eine Leiche. Da hängt eine Leiche. Ja. An dem Seil, oder? Da hängt eine Leiche auf jeden Fall. Da hängt doch was. Da hängt sich jemand runter, ich glaub das ist keine Leiche. Ob so eine Leiche ist oder nicht? Könnt auch sein, dass sich hier jemand festhält, oder? Ja. Das ist wirklich so festgebunden eher für mich. Ich sehe, was du meinst. Das könnte auch einfach eine Statue sein oder so, wo dann eine Waffe hoch zeigt, oder? Keine Ahnung. Man hat doch eine schöne lange Waffe. Man hat doch eine Waffe in der Kirche, oder? Ein Dark Souls vielleicht? Dark Souls? Mhm. Mhm. Nö, ich wüsste nicht welche. Was? Was? Ich hätte die Hand falsch gehabt. Ja, hab ich schon angefangen. In welchen Spielen gibt es eine Kirche? In vielen. Also, Devil May Cry hatte ich einen guten. War nicht auch die... Gab es einen Fall, wenn sie sehen, nicht auch die eine Cutscene, die in der Kirche war? Ja, das sieht nicht so aus. Wie einer erstochen wurde. Sieht da alles aus? Ja. Ich hab da aber auch dran gedacht, wo sie erstochen wird. Ich kenn's nur aus dem Remake. Deswegen weißt du nicht, wie es immer genau so ist. Und im Remake sah das anders aus. Devil May Cry könnte ich mir auch vorstellen. Wollen wir einfach mal einklinken? Und Devil May Cry... Ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Teil war. Der fängt in der Kirche an. Also, da ist die erste Szene irgendwie in der Kirche. Da gehst du so eine Küste hoch und gehst in so ein Katedral. Zwei. Ja, das waren zwei mit der Kathedrale. Verdammt. Wagen sind da. Wagen sind da. Wagen. 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 Bajonetta. Welches Land? Ist das japan? Ich glaube, das ist jinesisch. Ne, ich glaube, das ist jinesisch. Das einzige Spiel aus China, das ich kenne, mit einer guten Wertung ist Sleeping Dogs, wie sie sehen, wo das spielt. Ja, hau mal Sleeping Dogs raus. Aber ich seh nicht ganz, wiefern der erste Screenshot in irgendeiner Hinsicht dazu passt. Ja, das ist wieder so ein Base Screenshot bestimmt. Mit Sicherheit. Ich hab nicht gedacht, dass Sleeping Dogs so ne hohe Wertung hat Was ist das? Ach, ich glaub ich kenn's Playstation 2, Xbox, Gamecube Third Party für Gamecube Das gabs Mit hoher Bewertung Der Artstyle Ha Ach, das ist Timesplitters 2, glaub ich Oh mein Gott, was? Oh mein Gott Das wär im Morgis Ding gewesen Aber Future Perfect Typ Timesplitters 2 hab ich nie richtig gespielt Okay, okay Ja, okay, das wär eindeutig gewesen Auch ein bisschen Das sind wilde Waffen Das ist der wilde Westen Wie hieß er? Cortez oder so? Wer? Das ist aber Future Perfect Typ Ja Oh Denn 2 heißt anders? Ne, Teil 2 spielt man ihn, glaub ich auch Aber Ist es nicht wirklich so richtig Als Charakter wie in Teil 3 Warum ist er die Goldeneye-Lebensanzeige Wenn der Schaden kriegt? Timesplitters wurde Das Studio Was ist das? Free Radical Waren superviele Leute Die auch an den Rare Shootern Gearbeitet haben Ah Deswegen sieht das sehr ähnlich aus Wahrscheinlich stöhnt er auch so Wenn er getroffen wird Na klar Cell Shading Cell Cell Shading sieht erstmal nach Ich glaub Speziell mit dem Look Soweit Die Waffe unten links Würde wie Borderlands aussehen Das Bild weiß ich nicht Hm Ne Es erinnert mich mehr so An Darkest Dungeon Oder Hades In die Richtung vom Stil Aber ich seh noch zu wenig Das ist aber so gezeichnet Wie heißt dieses Danganronpa oder so? Ne Das ist es nicht Das kann auch so eine Background Grafik von Hades sein Oder sowas Ich glaub ich mein Ich glaub ich mein nicht Danganronpa Das heißt so ähnlich Ja links unten Das sieht schon Hades mäßig aus Ein bisschen ne Aber das rechts oben halt Muss schon sehr reingesucht sein Manchmal haben die Artworks So kleine Hintergrundsachen noch Und das könnte sowas deswegen sein Aber nur zum verwirren Ah Wolf Amongas Genau Wolf Amongas Das war Wolf Wolf Telltale Ich dachte sogar an Telltale Aber Ah Amongas Krass Ja warst du aber auch nicht falsch Mit dem Cell Shading Borderlands Deal Ja Das sieht ähnlich aus Oder bin ich Das ist Kratos Oder du Hadeshot Wie fällst du denn Wie Kratos aus Er hat ein Bart Er wird eingespuckt Ach das Das ist doch Wegen dem Blues Weil er sowas Rotes im Gesicht hat Oh fuck Das ist irgendwie so Ein alter Dungeon Trawler Ja Ich glaub das ist Die haben zu wenig Gold Ich glaub das ist sowas wie Daggerfall oder so Ja rein damit Rein damit Rein damit Nein Ich seh das Das zu alt Für Metacritic ist Heroes of Might and Magic Man hat immerhin ne Pfeilanzeige Wie viele Pfeile man im Köcher hat Null Ja Might and Magic Gehen wir rein Würde ich sagen Das ist problematisch Äh Äh Ich kenn nur Heroes of Might and Magic Aber es ist nicht Teil 3 Es muss älter ein Teil Teil 3 sein Heroes of the Storm Das war doch das erste Was war denn das da oben Ganz oben Ganz oben ist weiter Als Strategic Quest oder Ja das könnte sein Ne Dann ist es Und Amiga Ja wie heißen die denn Fuck Wir hatten schon Daggerfall gegeben Das heißt nicht Elder Scrolls Ja Nein das erste ist Arena Ach ja Moment Ja aber dann wär's ja Sonst wär gelb Ja ja sonst wär gelb Fuck Was gibt's denn außer Ich kenn die doch auch nicht Warum sind hier so viele Arsch alte Spiele gerade Zwischendrin Wir sind bei Spiel 529 Ja Da müsst ihr tief an die Trickkiste greifen Ich hasse solche Dungeon Crawler Spiele Tja Hast du aus der Kingsfield Andere gespielt Ja ich schreib Kingsfield ein Das ist nicht Kingsfield Kingsfield ist 3D Gib mal Dungeon ein Dann nimm mir einfach das Was am coolsten klingt Elder Scrolls 1 War Dungeon nicht das Spiel wo du Dungeon baust Gib das ein Boyfriend Dungeon Nee Boyfriend Dungeon weiß ich was das ist Das ist eh falsch Zur Hölle ist er denn Es könnte vielleicht wirklich Die sein Ja mal Dungeon Drink Puzzle Elemente Ja wenn du mal Schüsse brauchst Oder ein Hebel oder so ne Eye of the Beholder kommen Das klingt cool Oh mein Sehr gut Was ist das für ein Elefant Mit Rüssel der in der Hand ist Oder ist das für ein Elefant mit Rüssel der in der Hand ist Stimmt Das ist einfach eine Hand als Rüssel Wir dürfen dich verlieren Was ist das denn Ja ich glaube nicht Alte Videospiele Ich glaube nicht dass ich das spielen werde in absehbarer Zeit Ne 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 Das ist schon wieder Crosscode. Crosscode könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich mir nicht. Es ist nicht. Rage dich 5. Spiel doch in so einer RPG. Legend of... Oh, das hat so einen ultradummen Namen. Der kann sich kein Mensch... Eiklododen... Irgendwie sowas in die Richtung. Eiklododen. 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 Meinst du, oder? Eiklododen. Eiklododen. Den mussten wir durchmachen. Das habe ich gespielt. Nein. E, E, Y. E, E und dann Y. Ja, E, E. Aber schalt nochmal vor, ich habe es gespielt. Du hast es gespielt, Malf, okay. Das sieht aber nicht so aus. Aber es gibt zwei verschiedene Eiklododen. Es gab noch eins. Es hatte ich sogar jemanden empfohlen und der hat es durchgespielt. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Scheiße. Sea of Stars oder so vielleicht. Oh ja, Sea of Stars. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das meinte ich. Das ist gut. Das finde ich auch noch süß. Der Höhler hat es. Immer wenn alle so sagen, ja, ja, das, das. Dann ist es so. Ja, ja, ja. Ja, genau. Das wollte ich auf jeden Fall mal spielen, weil es so super cool aussieht. Immer schön Leuten Spiele empfehlen und dann nicht mal mehr merken und wissen, wie sie heißen. Das ist einfach nur ein Loch in der Wand. Das ist gezeichnet. Das sind zwei. Ach Gott. Das sieht seltsam aus. Ja. Ich kenne immer das auch nicht. Es gab irgendein Storygame, was nur so gezeichnet ist. Es bestand nur so aus Bildern und war wie so ein Film. Max Payne. Nee. Max Payne. Das wurde vor ein paar Jahren announced. Ja, Max Payne 3. Ich verstehe es nicht. Ja, es ist Jahres. Mit den Jungs in der Cocktrema. Gab irgend so ein komischem Max Payne Lied? Von so einem Fan einfach. Max Payne. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Komisches Intro oder sowas, was ich vergessen habe. Phoenix Wright Remake irgendwas. Nein. So düster einfach doch. Ja, ist ein Beweisbild. Hier wurde die Band aufgerüstet. Das ist so ein Noir-Mies. Sprechen, ne? Film Noir. Ja, ich... Frag was wollen wir eingeben, damit wir zu Bild 2 kommen. Jetzt ist es Danganronpa. Du kannst auch skippen, wenn du willst. Ach, kann man? Ja. Hä? Ah, jetzt ist es 3D. Aha. Ist das Superliminal? Nee. Daher ist es nämlich auch so... Nein, nein, nein. Keep talking and nobody explodes. Oh, man does. Ja, ja, ja. 880er Score? Ja, ich glaube, das war... Ich glaube, das war... ...als was Neues gemacht hat. Ja. Ja. Stark. Uh. Oh ja, da hätte man es erkannt. Ja. Ja. Aber diese Wand nicht. Dann würde ich sagen... Da ist die Wand. Eins doch, bitte. Bitte doch eins. Noch eins. Noch eins. Ja, muss doch irgendwie... Was von... Was von... Das ist das? Das ist das, ey. Das ist echt aus wie Astrix und Overlicks. Das sieht aus wie Astrix und Overlicks, oder? Ja. Oh, nee. Es ist hier Dings. Ähm. Eins von den... dieses Auto, Point & Click Töv 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 Töv, Pat 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 oder auch, oder dieser Goldfisch oder so, eins von denen ist es bestimmt Ich weiß nicht, ob die so in der Wolke äh, so ist es nicht Wolke, so in der Sonne Meinst du nicht? Ich würd's dir vorstellen Der hat auch so bei Gesichter Boah, oder ist es Herkules Ich hab mir, als nächstes Jahr dachte ich mir halt auch direkt Asterix Das haben so viele sich gedacht, wie wir machen Aber Asterix und Obelix hat nicht so ein Spiel, oder? Wo das so anfängt Meistens sind die 3D Ich hab keine Ahnung von Asterix-Spielen Nicht mal Ansatzweise Oh, die ist 3D What the fuck? Was? Das muss auch so ein Bild gewesen sein An der Wand Ist das so ein Propaganda-Bild? Ja, das ist wahrscheinlich Was ist denn das jetzt? Perfect Heist 1 Boah, 81% nicht Ein etwas älteres Spiel, wie es aussieht, das macht's schwierig Äh Ich find, wir müssen da noch eins machen Dieses Spiel mit diesen Ne, Moment, wie hieß denn das? Hm Nicht das, wo man so ein Skelett ist, oder? Das Point'n'Click, nee Ich glaub, das hatte nicht so ein Geld-Transporter Vor allem, was du besser bewertet Äh, wo das wiederum? Grim-Fan-Tango Grim-Fan-Dango heißt das, ja Aber jetzt, wo du es sagst, das hat auch komplett diesen Look davon Du hast es gesagt Okay Nee, was? Zombie hat davon geredet Ich hab an dem Skelett Point'n'Click geredet Ja, und das heißt Grim-Fan-Dango Achso, ja, okay, okay Naja, weißt du was? Nee, ich weiß nicht, wie es heißt, woran ich denke Nicht Grim-Fan-Dango Ich bin... Hä? Es ist irgendwas in der Richtung, oder? Reif, reicht's Ja, ja, das ist so... Das ist Bugs Bunny-Type Warum ist die Textur von dem Glas so scheiße? Wie man da einbricht... Ist das Panzerknacker? Das ist ein PC-Spiel Was ist Panzerknacker? Also, das PC-Spiel ist ein spätes Ziel hier schon erkannt Von... Ich mein, ja Entenhausen Wie heißt das Spiel, was du mal gespielt hast, Morgi? Wo es den zweiten Teil seit Ewigkeiten nicht gibt Mit diesen Schweinetypen auch und so Nein, das ist, das ist, das ist nicht Beyond Gute Deep Ja, das dachte ich Nein, nicht mal Beyond Gute Deep ist nicht PC-Exklusiv Ich hab's nicht gespielt, deswegen weiß ich's nicht Du sagst du gar nichts davon Das zweite Bild hab ich so daran irgendwie erinnert Ich weiß auch nicht, warum Ist das... Das erinnert mich so ein bisschen an Disney Gab's nicht irgendwie so dieses Disney-MMO? Ja, ja, genau solche Was war das erste Bild? Ich bin mir so sicher, es ist irgendwie LucasArts Point & Click Es schreit so sehr nach LucasArts Das zweite ist auch so richtig karikaturreicher Mann Transportiert sein Geld Ja, ja, das ist so Und das dritte ist Experimente In einem Labor, wo man irgendwie Sachen schwerer und stärker macht Aber Phantomias Aber guck mal, rechts ist so auch Einbruch oder so Es gab diese Quack-Attack oder Phantomias-Dinge Also dieses Quack-Attack war, glaub ich, wie Crash Bandicoot Ja, es gab aber auch so ein Phantomias-Game Gab's die aber nicht beide auch nicht für PC Aber das ist noch nicht PC-Exklusiv Ja Ja, stimmt Ich denke, es wird schon ein Point & Click sein Das ist Freakazoid, das Videospiel Oder Animaniacs Na, gib irgendwas ein, was Fully Äh, wahrscheinlich gerade gesagt Und dann gucken wir das nächste Bild Warum kann er durch eine Wand laufen, weil er eine Banane hält Auf der Tafel steht auch Banana Oh ja? Das ist eine Banane, irgendwie Dann ist das irgendein Affe Oh ja, ja, das ist ein Gorilla, der einfach abgehauen Ja, da ist ein Gorilla Ja, da ist ein Gorilla Ja, ma skip Keine Ahnung MMO? Es gab ein Disney-MMO, der Club-Peng... Das ist nicht Club-Penguin, oder? Das ist nicht Club-Penguin, oder? Aber mach mal die Sonne da oben hin Das ist vielleicht wirklich dieses Disney-MMO Ja, das... Das sieht anders aus Boah, da hätten ein riesiges, großes Schiff Wie hieß das denn? Nee, Disney ist das nicht Das ist mehr so Warner Bros Ist das Toontown? Ja, daran... Ist das nicht von Disney Toontown? Wenn es Toontown gibt... Wieso hast du es nicht längst gesagt? Ich wusste nicht, dass es so ein Spiel gibt Das klingt richtig O-RPG nochmal richtig hart reingekickt dazu Das klingt halt so... Aber nur Toontown Nach genau den ersten anderen Bildern, die wir auch hatten Toontown Online Toontown war immer online Wir machen online, ja Ja So ein fickes Toontown Ja, das ist das nicht MMO Ja, Toontown war das nicht Ja Das hab ich noch nie gehört Ich auch nicht Ich auch nicht Aber es sah auf jeden Fall aus wie eine Toontown Brown Dog Ja, man kann sich seinen eigenen Disney-Charakter dazu erstellen Und so ein Scheiß Oh mein Gott, man macht seinen eigenen Goofy Oh Ist das Devil May Cry 5? Ja Ich sag wieder Bayonetta Oder Final Fantasy 16 Hellen Ring Oh, ja, ja So können wir alles sein Es ist sowas halt Da ist ein bisschen Feuer Ich bin für Devil May Cry Team Ich bin für Crash Team Racing Crash mal dein Team Racing Tja Warte mal Das ist Lies of P Oder nicht Grand Exhibition Ja, das stimmt Das hab ich noch nicht gespielt Ich hab 40 Minuten davon gespielt Ich glaub, das war das Das fällt dir ein, das nicht zu spielen Ja 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 Vielleicht wird der Endbox gespoilert Ich guck weg Ne, bisher noch nicht, glaub ich Ja, gleich im letzten Gift wieder Kommt so das Ending-Cut-Dien oder sowas Ne Ich hoffe, das ist nicht der letzte Boss Ich denke nicht Der große Runde Clown Der wär stark Ich kann aber nicht ausschließen, dass es vielleicht ist Oder der Aber gut Ihr seid doch so ne Fans von sowas, oder? Ja Ich hab nicht mal Ending-C gespielt bisher Ich hab 40 Minuten gespielt Ich spiel ihn doch Hab den ersten Boss gemacht und bin nicht einmal gestorben Und hab's dann nie wieder gestartet Mein Gott, der spielt aber echt schlechter Spieler da Ja Halt die Klappe, Fully Ich mochte es sogar Ich fand's ziemlich spaßig War sehr spaßig wieder Vielen Dank Ja Ja Ich wusste nichts Nicht so spaßig wie Lights of P Kann ich nicht beurteilen Beim nächsten Mal erkenne ich vielleicht sogar was Ja, vielleicht Vielleicht auch nicht Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao Ich hatte Q-Bert, hatte ich Q-Bert Ja, ja, stimmt Ach, bist doch nicht ausgeschlossen, Johnny Hast du eins erraten? Eine Glanzstunde 助ge dazu Inтр colANA Du 700 Euro Dass du einsктší Ich bin